Unglaublich gute News! Ich darf dreimal den neuen Tempest-Tara-Skin verschenken an die Community! Und zwar bevor alle anderen den Skin bekommen können. Wann? In meinem Livestream am Mittwoch ab 19 Uhr. Nur auf YouTube. Wie kannst du mitmachen? Jetzt meinen YouTube-Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst! Und dann am Mittwoch im Livestream dabei sein und bei der Verlosung mitmachen. Und vielleicht gewinnst du? Der Skin wird dann direkt von Supercell an die Gewinner in-game verschickt. Sogar kurz vor dem offiziellen Release des Skins. Das ist doch eine Hammer-Gelegenheit! Sei unbedingt mit dabei!